Ich glaube, dass wir ein guter Spiel gemacht haben. Wir haben fünf Gäste, können wir mehr machen, aber wir sind sehr glücklich, wie wir das neue Jahr beginnen können. Es ist kein neues Jahr, wir beginnen sehr gut. Das ist das, was wichtig ist. Wir arbeiten sehr gut in den Tagen vor Sevilla, und das ist das, was wir sehen. Wir haben eine kleine Zeit kurz vor Ort zum Angriff. Wir haben eine kleine Zeit, wir arbeiten sehr viel und wir werden noch nicht mehr in der ganzen Welt. Wir haben eine Zeit langsamerik, und wir haben eine kleine Zeit langsamerik, wir arbeiten sehr stark und wir werden sehen, uns in der ganzen Zeit langsamerik. Untertitelung des ZDF, 2020